So wie es aussieht, nicht? Naja. Und wir machen gleich noch eine Aufgabe. Nämlich die Hüpfig-Hüpfig-Hüpfig-Aufgabe. Ich fühle mich schon vielemännlicher. So. Und dann Schampfer. In die Kuh-Kuh-Kuh-Münze rein. So. Bungie. 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 Ja. Es tut mir sehr leid, dass dieser Part so problemvoll wird. Es tut mir sehr leid. So, jetzt. So, jetzt. So, jetzt. So, jetzt sind jede Menge von großen Blechhelmen verfügbar. Genug für die ganze Familie. Spongebob verläuft eigentlich immer so bugfrei. Und dieser Ton brauche ich nicht stören, der gerade hergekommen ist. Das war nämlich mein kleiner Empathor, dass ich nämlich bald... Okay, Musikpark. So, jetzt. Kommisch. 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 Und dann haben wir gleich schon wieder... Dann gehen wir hier auch in die Welt. Tausend, dreitausend Malen bis Muschelstart. Ja. So. Fertig. Los. Patrick. Und es geht auf Zeit, wer es schon noch nicht gesehen hat. Und hier soll es eine Kiste geben, aber ich habe... Ach, da oben. Cool. Sprenger! 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 Oh. Ja, jetzt weiß ich auch wo. Oh, das ist ein bisschen kutsch�? Ich trage dich an ihm. Ich saue dich, dass du mich ein... Oh. 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 Nein! So, checkpoint! Nein! Scheiße! Nein! Scheiße! Nein! Scheiße! Oh! Und jetzt sind wir hier. Und das irritiert so ein bisschen hier. Dieser äußere Würfel. Oh Gott, das ist ein Kinderspiel. Aber trotzdem noch so Aufgaben, die fast kein Kind schaffen kann. Und jetzt. Sagen wir jetzt. Ist das Spiel schon wieder abgestürzt. Dann muss ich mal sagen. Ja. Warte schnell. So. Dann sage ich von meiner Seite aus. Tschüss. dieser zweite part wird ein bisschen kürzer dieser und bedanke ich mich fürs zuschauen wenn ihr überhaupt zuschaut bedanke ich mich für das zuschauen wenn es euch gefallen hat dann abonniert mich und leid mich und wir sehen uns wieder in dem nächsten video